Gut! Funsen out, Alter. Funsen out. Kaum zu glauben, dass ich dieses Spiel einfach immer noch spiele. Hilfe bei der Verteidigung von Starlight Drive. Finde die Schätze von Jamaica Plain. Das mach ich jetzt. Das mach ich jetzt. Oh, das ist ja... Gar nicht so weit weg. Hardware Tart! Mein Penis riecht gut. Dogmeat hat was gefunden. Yo, ich hör dich. Danke. Wow, wow. Wenigstens haben wir Gemächter, die wir zusammenlegen können. Das ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage, dass es noch Pimmel gibt auf dieser Erde. Finis, Alter! Finis! Oh, du bist radioactive. Finis! Oh, lass meinen Hund in Ruhe! Verschlagene Raiderrüstung. Das ist ja was Legendäres! Hey! Weg! Hund! Weg! Warum... Hab ich den komischen Ton? Habt ihr auch Ton? Ruckelduckels? Oder hab nur ich Ton? Ruckelduckels? Falscher Knopf. Unglaublich! Warum? Ich glatuliere dir. Hallo. Als ob ich das wüsste. Aha! Alles normal. Ist nur bei mir behindert. Na geil. Da hab ich ja wieder voll Bock drauf. Leguan. Wie schmeckt Leguan eigentlich? Schmeckt Leguan lecker? Die Frage ist, habt ihr schon mal... Was war das merkwürdigste, was ihr jemals gegessen habt? Ob es jetzt lecker war oder nicht, ist erstmal egal. Ich muss irgendwie da rüber. Ist das das, was das ist, was das so ist? Stationierungsstelle der Polizei von Boschen. Da müssen wir hin. Boah, da ist Leichensex. Ihhh. Ihhh, die liegen aufeinander. Da muss der wahrscheinlich rein. Oliven, Zwiebeln... Ach, du bist doch bescheuert. Grüß dich. Zwiebeln und Oliven ist völlig normal. Du komischer Mensch. Wobei Oliven sind, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber Zwiebeln, also bitte. Wer heutzutage keine Zwiebeln mag, der kürzt sich eigentlich schon wieder wegsperrt. Zwiebeln und Knoblauch. Beste auf der Erde. Ich hab vorhin schon wieder Zwiebeln gegessen, falls jemand mal an mir riechen will. Alles eklig. Was redet die Jule? Ja, Jule, was isst denn du dann? Salat von meiner eigenen Farm. Oh, oh. Wie komm ich denn da rein? Ficken. Ah, von oben. Knoblauch ist geil. Wer hat hier was gegen Knoblauch? Also wer was gegen Knoblauch hat, der darf ruhig mal vorbeikommen und dann können wir das ausdiskutieren. Ich hab Dummheit gemacht. Ui, danke für die Geschenke. Wie geht das denn? Du kannst doch gar keinen. Ich weiß ja ungefähr, wie alt du bist. Komme ich da rein? Ne, das wäre jetzt auch lustig gewesen. Wie komme ich da rein? Boah, ist hier voll Jump'n'Run. Bin ich hier noch richtig? Ah, Eingang. Vielen Dank. Ich freue mir. Jetzt noch ein paar Mal auf den Bildschirm drücken in TikTok. Und dann... Ah, es juckt mich hier an der Seite. Ii, es würde da eine Spinne krabbeln. Oh, ist das eklig. Da ist was. Bei mir ruckelt der Ton in meinem Kopf. Experte, kann ich das? Na? Na? Alter, manchmal wirklich... Also... Ich bin viel zu gut eigentlich für dieses Spiel. Die Mine benutze ich sowieso nicht. Ich könnte mal anfangen, Minen zu benutzen, oder? Das wäre gar nicht so schlecht. Scharfschütze habe ich schon. Impro-Pistole. Ich kann nicht so viel tragen. Merke ich gerade. Bin schon wieder mit über 300 Kilo hier angekommen. War doch im Lager. Wieso habe ich denn schon wieder so viel? Irgendwas mache ich grundsätzlich... Boah, ist das eine Maulwurstrattenbrutmutter? Ich hacke dir die Geschlechtsteile ab. Und ein strahlendes Ding ist auch noch da. Boah. Boah. Aus diesem analähnlichen Loch ist es gekrochen. Boah. Einmal was geschafft. Haha, du kannst nicht schreiben. Opfer. Wolltest mich dissen, aber kannst es nicht. Opfer. Opfer. Tatsächlich, dass wir das gestern nicht gemacht haben, oder wir es verschoben haben, war echt gut. Weil ich habe gestern Abend, deswegen bin ich auch nicht live gegangen, ich habe gestern Abend noch so unfassbare Kopfschmerzen bekommen. Ich dachte echt, ich verrecke. Ich habe keine Ahnung warum, aber es war einfach so unmenschlich. Und da habe ich mir gedacht, da noch zocken nebenbei. Das wäre nicht gut gegangen. Das wäre nicht gut gegangen. Ich ziehe niemandem in TikTok was aus der Tasche. Das ist gar nicht der Wahrheit. Das ist freiwillig. Geschenke sind immer freiwillig. Ja, ja, ja. Wenn, dann würde ich gerne euch in Twitch was aus der Tasche ziehen. Dankeschön. Aber ich bin nicht gut in Fallout 4. Ich spiele nur zum Spaß. Das war merkwürdig. Aber das ist ja nichts Neues, dass in dem Spiel merkwürdige Sachen passieren. Hi. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich jetzt wieder kaputt gemacht. Die Frage ist immer... Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. New Vegas. Ich habe tatsächlich noch nie Fallout gespielt. Das ist das allererste Mal, dass ich überhaupt Fallout ein Teil spiele. Ich weiß gar nicht warum. Die anderen spielen das alle, weil ja die... Wegen der Serie. Aber die Serie habe ich gar nicht gesehen. Hier, Feuer! Hier ist Feuer. Überall. Wenn ich Hilfe bräuchte, ich brauche ständig Hilfe. Bis ich erstmal verstanden habe, was man hier so alles machen kann. Ich habe mir... Ich habe mir zig Tutorials angeschaut. Die gehen hier so ab. Ich mag die Musik in dem Spiel. Benötigt Terminal. Das ist hier irgendwo gewesen, oder? Habe ich doch gerade noch gesehen. Da hinten. Da ist auch eins. Machen wir gleich. Eine Laborstation. Hast du schon... Hallo! Du lebst noch? Gut und selbst? Hast du schon öfter durchgespielt? Es gibt ja welche, die das richtig oft durchgespielt haben. Wodka nehmen wir nicht mit. Du hast neue Geschäftstätowierungen. Das kann man übrigens verschieben, die Sticker. Ich habe da jetzt was bekommen. Ein Ghoul. Ich habe Holobänder bekommen. Boah, ja. Die hassen mich. Der Hund ist auch bereit. Ja, wow, wow. Gut, super Kleber. Nice. Kann ich tatsächlich brauchen. So, das war es jetzt, oder? Da ist das Radio. Boah, die sieht ja geil aus. Boah, die muss ich mir überstülpen. Warte, ich untersuche das Terminal. Okay, ich darf nicht so viel tragen. Sonst geht wieder nichts mehr. Günstiger Wunderkleber. Schraubenschlüssel, Notizen. Schon ein tolles Ding. Bla, bla, bla. Weg! Egal. Egal. Musik läuft und trotzdem war es gar nicht aktiviert. Brauche ich. Ist da noch irgendwas? Stahl, oder? Ein Augenbot. Ui. Terminal. Bist du das Terminal? Bist du das Terminal? Gebessere. Hä? Warum ist denn TikTok jetzt schon wieder aus? Ich verstehe das nicht. Für alle, die in TikTok sind, es tut mir sehr leid. Ich mache das nicht mit Absicht. TikTok geht bei mir einfach offline. Das ist voll der Fehler. Ah, ich werde geburstet. Den haben, das ist, ich verzeihe, bitte verzeiht mir. Danke für die Geschenke, falls Philipp noch da ist. Ähm. Aber ich mache das nicht mit Absicht. Das ist TikTok. Ich kriege das teilweise gar nicht mit. Deaktiviert sich einfach. Fehler. Wird durch ein Proxy-Programm gesteuert. Okay. Soll ich den trotzdem anziehen? Ja, aber ich verstehe nicht, warum TikTok immer... ...geht denn jetzt ab? Was geht denn hier gerade ab? Ich habe gar nichts gemacht. Ich werde hier einfach voll... Die hassen mich einfach. Ich bin doch voll der nette Fette. Warum reden die nicht einfach mal mit mir? Der Hotschiss, Alter. Klar, dass den keiner mag. Schau mal, ich habe auch Strahlenpistole. Wo ist er denn? Aha. Ging nicht. Das Terminal war... Nicht hackbar, weil das außer Betrieb war. Dann kamen die. Jetzt kümmere ich mich da in aller Ruhe drum. So. Ihr Banausen. Schlagstock brauche ich nicht. Automatische Laserpistole. Was hast du so? Gar nichts. Wo ist mein Hund? Hallo? Nudelschale. Nudelschale. Karotte. Automat. Hallo Hund. Schön, dass du mir einfach so ins Visier rennst. Für was sind wohl die Erkennungsmarken? Gar nichts, oder? Einfach nur wieder Schrott. Das war einmal hier das Terminal, aber das Terminal war die Musik. Finde ich in meinem Handbuch, hat er gesagt. Warte mal, ich habe doch jetzt Dinge eingesammelt. Diverses. G-H. Hodges. Hodges heißt er hier. Ich lese doch das nicht. Und ich habe irgendwelche. Kann ich das eigentlich auch nach neu sortieren? Ne. Checkt doch kein Mensch. Was habe ich denn jetzt da eingesammelt? Ich habe doch da so Holo-Dinger eingesammelt. Achso, ich bin ja Level Up. Wie viele Erfahrungspunkte gibt Intelligenz eigentlich dazu? Was? Fünf Prozent. Das sagst du doch einfach nur so. Das ist mit Level 30. Meister Terminal ist hacken. So. Jetzt. Must-Pike-Tunnel-Passwort. Besitze ich doch. Gar kein Thema. Keine Ahnung warum, aber ich habe es. Hauptmenü. Tür öffnen. Und los. Aber die Mission selber ist doch längst erledigt, oder? Werte den Hinterhalt ab. Voilà. Ist doch längst erledigt. Warum bin ich eigentlich noch hier drin? Eh. Voll gut, Wauwau. Voll gut. Mann. 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 Ah, zwei Türen. Oh, der hat sich übergeben. Nimm das. Ich weiß immer noch nicht, warum ich eigentlich noch hier bin. Plus zwei Prozent EP für zwei Stunden. Das ist praktisch. Das zeigt mir an, dass es weitergeht mit mir. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber ich habe den Satz falsch begonnen. Und dann kam nur noch Scheißdreck raus. Hi. Ist mein Hund in Ruhe, Mann. Oh Gott, der Arme. Ich stempecke dich. Oder auch nicht. Oh Gott. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Und? Ah ja. Da hat was geschossen. Wieso sind eigentlich alle automatisch immer erst Feinde? Das finde ich voll gemein. Ich will denen gar nichts Böses. Was ist das? Was ist das? Da fliegen Eingeweide rum. Hilfe! Summer! Was ist das? Wie eklig. Flammen-Springmesse. Ui, 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 ui. Direkt schon zwei Legendäre eingesammelt. Ich bin heute echt... Also heute... Welches Level ich bin? Ich glaube, ich bin 28. 28. 28. So sieht's aus. Terminal benutzen. Und los. Turmsteuerung. Deaktivieren. Sehr gut. War eh bloß eine Einheit. Da ist eine Tür. Ein Spielzeug-Auto. Da ist ein Ausgang, aber... Will ich überhaupt schon den Ausgang? Ich weiß das ja gar nicht. Da war doch noch eine Richtung. Erhöhen Level eigentlich meine Statuswerte grundsätzlich auch so nebenbei, oder? Da war wohl eine Falle. Ha! Dafür war ich aber zu schnell und zu klug. Oh oh. Lass mein Hund in Ruhe! Ah, ich häng. Na, danke fürs Wiederbeleben. Danke fürs Wiederbeleben. Lauf, du Opfer! Lauf, du Opfer! Hör doch mal auf damit! Ich treff nix! Dreck! Blöd Arsch! Der nervt. Der belädt die immer alle wieder. Lauf, schreit sie. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Ich laufe nicht, ich töte ihn. Naja. Dass ich keinen Aim habe, ist ja eh klar. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch will. Wo ist eigentlich mein Hund? Hi! Ich liebe diesen Sound. Weg da, Hund! Eine Sündrüstung. Ein Charisma und Intelligenz. Oh, das ist ja richtig, äh... Was ist das denn? Was sagt das? Hallo, René! Ich bin der Beste, nein! Ich finde den Ausgang nicht. Ich finde den Ausgang nicht. Yeah! Ha! Hab ich schon lange immer gehört? Danke! Hallo Sonja! Danke, Juliette. Gehen hier ab? Ich weiß nicht, wenn da einer... Das wird ein bisschen wie so ein kleiner Pädophiler, der hier ein paar Teddybären hinstellt, in der Hoffnung, dass er kleine Kinder in seinen Wagen locken kann. So sieht es hier aus. Ja, eben nicht! Eben! Schnell sein wie wildes Wasser! 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 Da ist es, du blöder Hund! Nein, Teufel! Schnell sein wie wildes Wasser! Schnell sein wie wildes Wasser! Schnell sein wie wildes Wasser! Irrer strokes Dankeschön, wir sind die Kantine Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spiel den selben Song nochmal. Alles klar, den selben Song und los. Wow, wie Ihre. Ah, da, fast! Weiß nicht, ob sich das rentiert, das Ding hier. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.